English warm-ups 41 herzlich willkommen a very warm welcome to you. Haben Sie ein Pflaster bitte? Have you got a plaster please? Warum brauchen Sie ein Pflaster? Why do you need a plaster? Ich habe mir gerade in den Finger geschnitten. I've just cut my finger. Zeigen Sie ihn mir. Show me. Das sieht sehr schlimm aus. That looks very bad. Wie haben Sie das gemacht? How did you do it? Ich habe das Fleisch zerlegt. I was carving the meat. Du musst deinen Finger waschen. You must wash your finger. Wo ist die Badezimmer bitte? Where is the bathroom please? Die dritte Tour auf der Lincoln-Seite. The third door on the left. Haben Sie bitte etwas disinfectionsmittel? Have you got any disinfectant please? Es ist im Schrank unter dem Waschbecken. It's in the cupboard under the sink. Ich gebe Ihnen ein sauberes Handtuch. I'll give you a clean towel. Hast du Gregor gesehen? Have you seen Gregor? Er entspannt sich im Garten by einem Glas Champagner. He's relaxing in the garden with a glass of champagne. Wo ist seine Frau? Wo ist seine Frau? Where is his wife? Sie ist in der Küche und Wäsch den Boden. Sie ist in der Küche und Wäsch den Boden. Sie ist in der Küche, der Küche. Ich bin Nigel A. James.